Was geht ab Leute, euer Frapsis hier, heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video geht es auf jeden Fall wieder um den Deadpool-Skin, denn heute ist es soweit. Heute wird der Deadpool-Skin für euch da draußen in der Wildnis rauskommen und ihr könnt ihn euch kostenlos snacken. Das komplette Deadpool-Event wird heute beginnen und es wird heute richtig wild. Ich bin gespannt, was alles Epic Games denn so geplant hat. By the way, falls ihr euch den Battle Pass noch nicht gegönnt habt und ihn euch gönnen möchtet, checkt gerne die Videobeschreibung aus für super günstige Game Keys, die innerhalb von 2-3 Sekunden geliefert werden. Aber jetzt würde ich sagen, erstmal genug dazu, fangen wir doch mal direkt mit dem eigentlichen Thema des Videos an. Let's! So Freunde, heute wird, wie ich bereits schon erwähnt habe, die Woche 7 rauskommen. Ich hoffe, dass ihr bis jetzt alle Challenges gemacht habt. Falls nicht, könnt ihr natürlich gerne meinen Kanal abchecken. Ich habe euch all die ganzen Challenges gezeigt. Ich bin gerade bei Woche 6 und wie gesagt, die letzte Woche, wo wir den Skin erhalten, kommt jetzt. Es wird natürlich noch weitere Wochen geben, aber das spielt erstmal keine Rolle. Wir müssen als allererstes Deadpool seine Pistolen finden. Und die eine Pistole finden wir direkt hier in der Lobby. Und zwar befindet sie sich direkt unter dem Kater, beziehungsweise links vom Kater. Dort liegt die dann unter diesem riesengroßen Tisch. Die nehmen wir auf jeden Fall als allererstes mal mit. Dann liegt die nächste Pistole hier in dem Raum von der Katze. Da geht ihr einmal hin und rechts unten bei den Handeln könnt ihr das Ganze dann finden. Das nimmt ihr dann auch mit und habt dann sozusagen beide Missionen erstmal absolviert. Dann, Freunde, müsst ihr in eine Telefonzelle reingehen und müsst euch dort verwandeln. Und das müsst ihr bei der Yacht machen, die dann rechts oben auf der Karte sein wird. Sobald ihr da reingeht und einmal rauskommt, werdet ihr zum Deadpool-Skin und dann schaltet ihr den Deadpool-Skin automatisch frei. Also ganz einfach. Einfach, nachdem ihr beide Pistolen euch geholt habt, geht ihr auf die Yacht, dann verkleidet ihr euch, ob Telefonzelle oder sonst was, ihr verkleidet euch einfach. Dann, wenn ihr rauskommt, seid ihr Deadpool und ihr habt den Skin nach der Runde direkt freigeschalten. So einfach funktioniert das Ganze. Und das war es dann auch schon mit dem Video, Freunde. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen? Eure Meinung gerne in die Kommentare. Ich würde mich verabschieden. Wir hören uns im nächsten Video. Haut rein. Geht mit dem Flow. Euer Fraps. Und ciao.